ja willkommen mein name ist anjurlping und ich begrüße euch zurück zu let's black kingdom arts birth by sleep final mix es folge haben wir radiant garden abgeschlossen und ja man sieht ich stehe gerade hier vor einer truhe ich bin mit hilfe von sturmlauf hier rüber gedüst und wollte das dinge mitnehmen weil ich glaube jetzt was halbwegs wertvolles und zwar donnerwetter ein multifuchs kommando gedacht ja damit weil ich habe keins zum aufnehmen und mich wie man sieht habe ich natürlich hier ließ schlüsselschwert ausgerüstet oft glaube ich so weil ich ein level also belevelten parkmann los gelevelt und so und wir fusionieren mal ein paar sachen hier das beispiel vita und vita sowie trabe da und zwar mit einem die anzahl erhaltenen kugeln oder erfahrung okay glückspels hat es nicht schlecht ok ok sturmlauf kann raus das haben wir noch nicht ja glückspels hat man selber ja kugel schätze fallen lassen wird ja schon sehr groß wie ich es also müssen uns kein kommandus kaufen die gegner hinterlassen auf welche ja wir haben terra und aqua noch getroffen wenn das will denen hinterher rennen aber sagt nein und dann sagt heran nein und alle sagen sie nein und wir sind voll traurig und wir gehen jetzt zu disney stadt um uns aufzuhalten glaubt und das hier stufe fünf nehmen wir dann glaubt die welt ist nicht lange ich habe sie zwar sehr kurz aber mal schauen mal schauen muss ich weiß doch gar wir sind In der Maske von Frieden und Hoffnung, kommt der Angst, der Gefängnis und Heroin dieser Stadt. Das ist mein, Captain Justus. Junge, meine Hero-Sinches entdeckten, dass du Probleme hast? Nur ein Wort und Captain Justus wird alle deine Probleme verlassen. Wer? Ich? Ich? Ich habe nur versucht, ein paar Freunde zu machen. Keine Ahnung. Geh es. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geh es weiter und schau mal. Dann, erinnere dich zu wählen, Captain J! Vöre? Oh, also, Geh es. Wie kann ich helfen? Das ist die einzige Grund, warum ich hier bin. Ich weiß. Also, erzähle mich über deine Stadt. Alles ist so festive. Ist es immer so? Huh? Das ist es? Nichts anderes? Well, die Festivitäten sind an account in der Dream Festival. Das ist das, warum ich sicher habe, dass es Carnival gibt überall in der Stadt. Wirklich? Wie? Oh, du musst es sehen, selbst. Es wäre nicht so ein Traum, wenn ich gerade gesagt habe. Genau. Danke. Danke. Und, Junge, nicht vergessen. Captain Justice ist derjenige alle deine Probleme. Das wäre Justice mit einem J. Ah, sicher. Ich habe es, Captain Justice. Ah, Uwe. Das stinkt. Wie kann ich nicht öffnen die Schmerzen? Träume? Erinnere dich. Ein Festival, huh? Na ja. Well, vielleicht kann ich ein paar neue Freunde machen. Oh, du bist ja neue Freunde. Ja, also... Meine alten sagen, ich soll die ganze Zeit weggehen, also. Suche ich mir jetzt neue Freunde. Bäh. Wissen wir schon, dein Schloss Disney. Schön. Die Musik ist auch gleich, merke ich gerade. Da hinten, weiß ich, die Story, aber wir gehen erstmal woanders hin. Wahrscheinlich haben wir angeschrien, so, hey, geh da hinten. Du willst die Story glorieren? Neues Abschlusskommando, freigeschaltet. Ich weiß noch mal nicht wie, ich glaube, wenn ich mich in irgendeine Form verwandelt habe. Ah, wo sind's? Ja. Luftdiabel 1. Keine Ahnung. Diamantenstopp, glaube ich. Wird die bekommen. Und die Diamantenstopp wollen wir dann noch mal glingling. Na, wir erst mal da reingehen als erstes. Unten klettern? Ja. Warte mal, ich brauche hier was besonderes. Habe ich überhaupt was? Nein. Das ist besonders, es gibt vielleicht so. Hier kriegt man nicht. Okay. Morgi Shop erstmal. Warte mal. Donnerwetter. Ja. Tut mir nichts. Ich möchte nur gucken. Ja. Das ist eine Truhe. Eine große, große, große Truhe. Na. Morgi Shop ist nicht hier, ne? Okay. Geh mal ein paar Wochen. Ja, ich glaube, hier gibt's, ich glaube, man muss hier nichts besonderes machen. Das können wir eigentlich weitergehen. Was schnell fängst du. Aber ich würde noch trainieren und so. Wurf. Ich habe vergessen. Ich muss immer unbedingt hochleveln. Ich glaube, hier mit dem Formen. Und immer erst warten. Ich bin Kindermatt zwei. So ein Ladebildschirm in den Köpfen. Ja. Ja. Die Charaktere. Rücken sind hier einfach. Das Speck. Du kannst sie dann rücken mit nichts auslösen. Wir wollen noch was kaufen, merke ich gerade. hier stand spielen muss ein paar sagen draußen in einem moment war noch mal zurück ich bin sowieso falsch ja da lang glaube ich nein wo ist der andere ausgaben ja mein dh schon ja auch blöd so hier ist möglich ob wir machen kann man sturm lauf da wir tun immer alles was wir selber erstellen freischalten im shop meine ich und ich habe immer noch was vergessen war heute wegen vollkommen an das leben woche schock suchen kommt man nur zurück dann 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 ich brauch mal ein paar und dann steht zwar nämlich perfekt ich mag diesen automaten platz gegen die mingels haben wollte ich diese einen ausgerüstet hier mal Geld sammeln, ein neues Abschusskommando. Alter! Cinderella! Micky klappt irgendwie nicht, also... In dieser Zeit müssen wir hier ja tot schlagen. Irgendwas. Waren uns gesehen, oder? Das ist ja das. Das gibt's doch nicht. Ah, hier und abwechseln. Ja. Scheiße. Oh mein Gott. Ey, geh immer auf die falschen los. Nein, da bin ich nicht. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Boah, treuend, ha? Wenn wir noch höher springen. Ja, doch, das ist aber Max von mir, ne? Boah. Boah. Immer noch nicht. Ging jetzt keine von diesen Dinger hier. Den war halt aufstellen können. Boah. 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 Mein Gott, du wüsstest da einmal. Ne, da modern's nicht hinterlassen können ich hier nicht auch werden, weil das straße hat er Senhor hat, muss meine Fichte auf warten. jetzt hier schon im kampf ein weil ich normalerweise eigentlich noch vergesse dann klappt das natürlich nicht normaler dinger hier schon aufgelagert jetzt kann man die kanalisation gehen warum sollten wir das tun keine ahnung und wir machen es wir können also machen wir es das genaue gegenseit von dem was ich wollte ich spüre meinen ars velocitat weil ich die viecher mein vetra bekomme ausgezeichnet super krank ausgezeichnet oder haben sich meinen haufen schlagen zu lassen zwei gegner hat das ist anders und mein analog stick schon gesagt mein analog ein bisschen um einmal zu wir kriegen ja natürlich sowas von da irgendwie gewesen ich glaube ich glaube die dinger sind ganz schön stark auch passen war vollstaat so jetzt nur ein sturmlauf ausrüsten wenn ich immer sturmlauf aus zu sagen würde ich schon denken dass ich immer irgendwo hin will ich habe das ich habe das jetzt auch noch mal drin er war nur ein ich weiß auch reichlich aber jetzt im danner schlag modus das macht es geil war das macht es das macht es das macht es eigentlich ja das macht es alles war es geht und das macht es das macht es das macht es ung ja da kann man so hingehen aber das ist sehr nervig auch macht mir natürlich ein bisschen einfacher kamera schon helfen ein bisschen ja meine ecke das schmeißt mich hier runter ich weiß dich runter aber auch nichts war jetzt kommt er auch hier das war das ding ein und gehen weg dann gehen wir einfach ich gehe ok welche minuten wir haben noch nichts erreicht eigentlich warum sind da haben sie dir so micky maus hände überhaupt die sachen machen soll da ist mir ein bisschen zu knapp an dauernd ein interessanter part hier ja 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 wunder Das ist neu, oder? Wir haben ihn schon lange. Let's... Oh Gott. Na komm. Ich weiß nicht was passiert, wenn man 3-7 kommt. Oh. 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 Ich würde es gerne mal machen. Ich würde es tun. Feuer. Urlaub. Gold raus. Boah. Weiter voll gemacht. Nein, der stirbt. Oder? Nein. Das gibt mir eine ganz einfache Möglichkeit an den Gold zu kommen. Nicht so gut. Das ist genau hier. Da kann man locker. Ging aia level. Gold raus. Das habe ich wahrscheinlich auch gemacht. Der kommt man sehr gut an Gold. Boah. Ich weiß noch nicht was die mit einer riesigen Pinballmaschine machen, aber... Warum nicht? Riesige Pinballmaschinen. Warum nicht? Warum nicht? Riesige Pinballmaschinen. Weil Disney. Einfach bei den Dingern schlagen lassen die ganze Zeit. Man kommt locker hier an. Voll viel Geld. Nein. Mach Geld. Guck mal, unten wird irgendjemand seinen Hut aufhalten. Wieso komme ich da nicht durch? Alter, auch damit. Wieso komme ich da nicht durch? Alter, auch damit. Du kannst hier aufmachen können. Aber man muss alle Dinger irgendwie treffen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt ein Sticker. Mini Sticker. Ah, Mickey und Minnie Sticker. Luftschlackato. Das ist eine gute Fähigkeit. Da. Ah, mir wird schlecht. Wir müssen mal das. Ich glaube da habe aber auch was gut zusammen. und eine mitte rein da rein da rein wenn ich habe die beiden ja auch noch irgendwie rot blinkt als wir die schaden bekommen auszeit weiß nicht mehr genau was das macht war das mal jetzt erst mal wir sind geld haben wir werden gehen um das ding ist ja hochzuleveln abschlusskommando 817 jahr geht man goldrausch zwei und so auf goldrausch steigt es auch noch da wir müssen jetzt hier bestimmt machen ich habe ich das müsste eigentlich aber zwei sturmläufe wir gucken wie das hier weiter geht geht er nach oben oder nach unten na da konnte ich das nicht machen glaube ich ich möchte nicht dass ihr mich hier runter haus hallo glaube ich doch sowas von hier runter ist ja das war kommen ich habe jetzt gerade ein bisschen ungelegen wir müssen da hinten was einsammeln wir müssen da hinten was einsammeln da mal paraglider damit kann man fliegen ist auf die sache ein bisschen einfach machen und die kann ich meine ja abschließen nein da ist man zu krassen er vermerkt die nun mal auf da ist noch mal mit der story weiter ich glaube ich habe schon alles erledigt fast die station haben wir auch alle damit du jetzt erst mal paraglider ausrüsten kann ich noch immer fusionieren sturm lauf und betäubung spieler mein kauf ist teil aller fähigkeiten warum nicht geselligkeit ich weiß nicht was das macht und noch eine betäubung spieler weil warum nicht attacken hast auch nicht schlecht geselligkeit und attacken was das ist geselligkeit noch mal also der von gegner fallen lassen dekolen steigt an ausgezeichnet und attacken hast es wie magias nur mit normalen attacken schnell die sich aufhören da war das in die ja los ich habe gott historie ist irgendwo hier i have to find the plot ja 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 All we're trying to do is make our own Special Recipe Ice Cream. And we had a little trouble. Come on, it's not really that big a deal. I'm 100% positive you're the victim's sabotage. Not even close. Quit making stuff up. It's just the ice cream machine. Aka Scrooge left it for us, but we can't figure out how it works because it's so complicated. Oh, we're sorry, Queen Minnie. We wanted you to be the first to try our Special Recipe Ice Cream. Oh, boys. It was very sweet of you to think of me. We tried. Say no more. Leave it to me. One bowl of ice cream coming right up. You're just gonna make a mess. Leave it alone, Pete. That's Captain Justice. So you can make it. Oh, okay. This machine is busted. It just needs a good pounding. It does not. Hey. Do you think I can give it a shot? No, Captain Justice can't fix it. There ain't nothing you can do, kid. Maybe not. But there's no harm in trying. Yeah. And better you than him. Here you go. These are the directions for the machine. Now we have a guide. Now we have a guide, okay. Okay. So, der könnte jetzt ein bisschen nervig werden. Ja, danke, danke, danke. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Ach ja, man muss in irgendeine Richtung drücken. Dann x drücken. Das ist eine richtig nervige Nebenquest-Mini-Spiel. Kann ich nicht die abschließen? Ja, das ist so nervig. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Ich muss mal abschließen. diese wir haben auch so viel eiskremen ehrlich nein mann vermasselt schluss von 172 wir wollen nur eis haben müsst ihr so balancieren wie blöd ist eigentlich irre oder was fantastisch diese welt ist klein so klein freigeschalten ok ich noch könnte ich ja löwen kann manche originalen song ganz ehrlich sagen ja wie schön wie schön ich habe nie so leid ich habe so leid danke oh 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 ventus nur vent ist gut danke ventus wieso dann ich sehe wir mussten das Dingamachie die andere wieso hey ich habe nur eine Idee wir können unsere Kunden machen ihre eigenen Lieblingsflävers von eis was 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 die 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 auch war die 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 nicht d Das ist einer der Dreamfestivalen Verteidigung. Jeder wählt für die, die die Stadt die größte Zitzen ist. Ich verstehe. Das ist das, was er bedeutet. Und wenn du den Verteidigst du gewonnen hast, du kriegst einen wirklich coolen Verteidigung. Es ist nur ein kleines Token, nichts Elaborantiges. Der Verteidigte uns zu helfen, wie viel wir uns alle für uns jeden Tag interessieren. Das ist der spirit der Verteidigung. Das ist gut. Er will nur seine Hände auf den Prat. Und er weiß, dass niemand wird für ihn wenn er seine eigene Name auf dem Ballad verpasst. Aber niemand ist schuldig. Ja! 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 Ich wünsche, dass jemand mich für mich wäre. Ich wünsche, dass jemand die Stadt gewinnen. Ja! 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 Ich habe Menschen mit mehr als Aquan und Terra hier. Ja! 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 Sag es was? Ja! 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 Was? You only got a few votes. They knew you were looking out for them. Big Whoop, I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you've finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Serious business. Die Besen kommen. Die sehen ganz schön angepisst aus. Wait, wait, what? Die sehen voll brutal aus. Dem will ich mich nicht anlegen. Hey, let me go. Put me down. What? No, no, no. Hey, easy. Au! Der böse Blick. Now, shall we continue the ceremony? With the three winners. Ventus, Aqua and Terra. Please come up and join me on the stage. Ich kenne die Szene, ehrlich gesagt nur mit jemand andern, aber... Oh, dear. It looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. They both already left. Okay. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. Alright. So, now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Good for you! Thank you! Thanks! And as an extra treat, we've created something special. I have an ice cream flavor just for you. Double Crutch Ice Cream! Oh, my. I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it! you should, he already give me some knowledge. I'll be honest. I have an ice cream now. I've never done that. What do you think? Mmm. Wow. It's great. Oh, we're all very glad you're enjoying it. Oh, I love you! Ich kann mich an die Szene ganz schön sagen. Okay. Wenn du so genau wie ich sage, dann könnte ich dich aus diesem Prisoner entscheiden. Wirklich? Oh, dann kannst du mich beteiligen. Geh mir raus, und du kannst mir sagen, was zu machen. Eine sehr wundere Wahl. Proceed. Mit deinem Hilfe, bald wird jeder Welt in Existenz alles meines sein. Ja, und so kam Carlo zum Malefiz. Das erklärt natürlich alles. Wie gesagt, ich kenne die Szene jetzt irgendwie nur, wenn man das dritte Mal irgendwo einig ist. Aber ich glaube, weil ich alle Spielstände schon, weil ich überall irgendwo schon eine Krone hatte, mit jedem Charakter. Warten viele Attraktionen auf dich. Ja, das ist egal. Da ist immer noch eine Truhe, ja. Ja. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich schon jeden Charakter abgeschlossen habe. Ob das jetzt bei den anderen beiden auch passiert. Egal. Ich würde dann aber auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.